yo leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video von mir in diesem video bin ich immer so ein bisschen alleine ne ganz schwierige runde amonas und ja starten wir direkt im video und zack ich gehe ganz schilig hier rein auch startet direkt alles kaum halt jetzt wird jetzt mal wieder verlassen Kommt schon, bitte. Jawoll, Imposter, let's go. Dann ist das Video noch ein bisschen spannender, ey. Okay. Oh, au. Okay, hält's. Oh Gott, ich hab noch Quickshit an. Zum Glück bin ich dieses Video Imposter, ey. Sonst bin ich nie Imposter eigentlich. Goofy ist zu verdächtig. Ah, ich überschwing. Lüge. Goofy lügt. Ah, okay. Ich versteh jetzt nicht, was er gemacht hat, aber... wer weiß. Haha. Natürlich war da nicht jeder Post da. Machen wir mal... ...fünf... Hier. Okay. Oh Gott, wie schnell sind wir. Ich will die Aufgabe machen, dass mich jemand sieht, ey. Okay. Und da sind alle. Oh Gott. Oh Gott. Mach ich einfach jetzt schon. Oh Gott. 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 Das ganze Video ist weg und das heißt, ich mache jetzt ein Video noch vor, damit ich auch wieder so viele Videos habe wie Ding, Seffi. So, weil ich und Seffi wollen so halt YouTube durchziehen seit der letzten Zeit. Naja. Oh, sorry wegen meinem Mikrofon, diese ganzen Geräusche, wenn über welche Geräusche ich kann, dass ich werde mir irgendwann mal ein neues Mikrofon besuchen, weil habe ich schon, ich glaube, zwei, drei Jahre. Habe ich alle aufgrund fertig? Ja, okay. Dann gucke ich bei den Camps mal. Okay, ich schreibe mal, ich bin fertig mit der Task. Äh. Ja. Ich bin ein Bulgarien. Hast du bitte drei Euro? Abschlimmung, ja. Würde ich auch machen. Ich frage mich echt, wer der Imposter ist. Warum, warum ist die überall diese, ganz, fragt sich, fragt sich Leute. Oh, wenn er jetzt nochmal reingehen kann. Piss dich. Oh, oh. Aber die sind ja alle Fragezeichen, oder ist es nur bei mir? Kann ich stimme für den. Einfach so. Ohne Sinn zwar, aber einfach so. Hat Sputty, hat mich getötet. Bro, du liebst noch. Was für Tüten. Du liebst. Und das Ding kannst du auch schreiben. Keine Frage. Nein, das ist so langweilig. Ich kann es halt rumziehen. Oh, oh. Lass mich. Nein. Nein. So ist das. So ist das. Nein, 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 nein. Geh doch weg von mir, Lahn. Murug. Junge. Mann, Hilfe. Ich mach great, das bei mir direkt nicht so auf. Gleich mit dir. Leute, bitte einfach nur warten. Diese. Ne. Diese hier fehlen noch. Und der hier. Fünf Leute fehlen noch. Ich war, glaube ich, im ganzen Postal, so war nicht halt, wenn ich halt, wo ich Amangas angefangen habe. Ich glaube, ich war nur die ganze Zeit, wo ich dieses Spiel hatte. Ich glaube, nur zwei, dreimal im Postal. Und ich habe das Game schon seit einer Woche, zwei Wochen ungefähr. Ähm. Mann, ich weiß. Kämst hier. Ja. Ey. Äh, Mama. Mama. Was verfolgt der mich die ganze Zeit? Warte mal, wer hat das ganz gut gemacht? Was war der, Alter, der regt mich so aus. Wenn es der überhaupt war. Was war der, Alter? Ich glaube, dass er noch nicht so aus. Was war der, Alter? Wie war der, Alter? Ich war das gar nicht. So, was war der, Alter? Ich war der, Alter. Ich war der, Alter. Ich war der, Alter. Ich war der, Alter. Ist ein Container? Also, ich glaube, nach der Runde werde ich das Video beenden, weil ich möchte nicht allzu lange Videos machen. Ja, okay, das GTA-Video war vielleicht ein kleines... Was will der von mir, Mann? Wenn ich hier reingehe, geht der da rein. Und wenn ich rausgehe, fuck der... Der nervt mich so krank. Ey, lass mich in Ruhe, ja. Ich bin Ruhe. Ich geh jetzt aber bei den Camps mehr. Okay, ist ein Reaktor gegangen. Hier ist keiner? Ist hier eine Cafeterie oder was? Nee, auch nicht. Wo sind die alle? Hä? Sind die alle ein Admin? Aha, hier ist ich ja. Da könnte ich ja gucken. Und die so. Das ist das ist das. Das ist das, das ist das. Das ist safe. 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 Nein. Schön, die Mord. Hä? Kein Sinn. BTF? Oh Gott. Sorry. Ich... Ja, okay, warte. Der Typ ist sehr, sehr sass. Der Typ ist sehr, sehr sass. Hilfe. Hilfe. Ja. Ähm. Ja, ja, ja. Perlte auf dem Gesicht. Oh mein Gott. Nein, Alter. Ey, ich hasse die so krank. Na ja, jetzt werden die so verlieren. Ey, einer muss betildern. Bitte, Mann. Ich bin ein Bulgar. Oh Gott, ich habe sie betätet. Mann. Ich bin so dum einfach. Ich bin so dum wie eine Kartoffel, Alter. Mhm, mhm, mhm. Fakt aufgabe, okay, okay. Mhm. Sowie, ja, ich bin so dumm, ich habe ja, ich brauche es doch alles. Nee, ne, 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 ne. Bitte, macht keine Scheiße. Stimmt. Nein, macht keine Scheiße, bitte. Eure, dann macht keine Scheiße, Mann. Stimmt, für die... Ja, genau, 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 genau. Stimmt, wurde doch... Naja, also... Wenn jetzt die... Oh Gott, okay. Dann lag meine Anklage komplett immer falsch. Egal. Let's go. Zack, 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 okay. Zack. Okay, Leute, ähm... Ja, was soll ich sagen? Das ist das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ja, ciao.